Meine Wünsche sind, mit meinem Mann zusammen mit den Kindern zu geniessen. Wir sind Eltern von sieben Kindern, dass Kinder gross werden müssen und dass wir später Zeit haben füreinander Grosseltern zu werden. Ja, das ist dein Wunsch. Ich würde auch gerne Grossvater denken, aber noch nicht gross genug. Aber ich geniesse dann nachher mehr Zeit für mich. Die Kinder sollen dann selber so arbeiten wie wir arbeiten. So erzielen sie auch. Nein, sie sagen ja, wenn die Kinder schön gedeihen und auf einen echten Weg kommen, was will man mehr? Das ist der schönste Lohn schlussendlich.